Ah, let's play like a legend. Ach, gib auf Trotz! Hallo meine Lieben und herzlich willkommen bei Holston TV, sagt euch der Opa Mario der alte Sack. Da ist Lydia. Klatsch, da kommt die, siehste. So, den geilen Dinger. Dann macht's dann Spaß mit denen zu fahren. Wie gesagt, wir haben sie ja zum Werkzeugtransport. Das ist jetzt falsche Taste. Wenn du den Bunker findest, findest du auch, dass du einen Bunker machen kannst. Wir wollen keinen Bunker. Bunker will ich überhaupt nicht. Reicht. So. Oh, war vielleicht doch ne scheiß Idee. Ach. Ich hab mich jetzt selber ausgetrickst. Das wäre natürlich blöd. Das war mir fast klar. Das war mir fast klar. Das war mir fast klar. Das ist selber ausgetrickst. Das ist selber ausgetrickst. Das ist selber ausgetrickst. Das ist selber ausgetrickst. Hm. Schöne Vorsprung weg. Schöne Vorsprung weg. Fertig. Vielleicht. Das war so, nicht wahr? Und dieser Schuss hier kommt von über 130 Yards. Er hat zwei Schuss zurück. Das war die Lidia. Das war die Lidia. Mit Taschen im Rock, das ist ja das Feuer. Da waren die Zwillinge, habt ihr hier seh. Genau hinter der Fahnenstange. Gut, eine gute Möglichkeit hier. Nur sechs Meter nach der Hälfte. Und ein schönes Effort von ihm. Er baut sich zurück aus der Bogey. Jo. Jo. Das ist schönes Bild. Vielleicht kann ich da Tumpnell daraus machen. Tumpne. Helga, auch gut, mal kleines Raktoren, süß. Kann ich für mein Enkelein mitnehmen. Oder gleich zwei für jeden einen, der kommt bei der Nächste. Das wird cool. Das wird cool. Jetzt hätte ich für den Fairway. Jetzt hätte ich noch einen kurzen Gras. Nicht so weit. Nicht so weit da rüber. Doch wieder im Bunker. Oder? Ja. 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 Da ein mehr werden, da ein mehr. Drei mehr? Nein? Du bist auf Par 4. Wir sind auf den Tee United. Par 4 ist nur 361 Yards, aber nur die langen Spieler werden versuchen, die anderen, mit einem Iron, schnapp ihn, schnapp ihn, und schnapp ihn. Soll das jetzt direkter hingehen? Mist. Hab nie gesehen. Ich dachte, das war noch das kurze Gras. Oh, wo ist sie denn? Am Hang. Am Hang. Das hätte ich jetzt nie gesehen, ne? Das traur ich ja zu ohne weiteres. Absolut. In there, close. Good look at birdie coming up. Getting ready to play their third. Just two shots behind. Hm. Oh, ho. That's almost a gimme. Great chip. Such soft hands. He's got a pop out here. Let's see if we can make it. I will hold. Let's move on. Oh, schön. Das ist so wie der Weg so, ne? Wer das immer in Ordnung hält, denn... 7. Par 3. Down the hill. It's seemingly play short, but I can promise you, it doesn't. 8. 8 ist nicht zu viel, ne? Aua. Es kann schon weichen. Und wenn nicht, tun mir die Leute da leid. Oh, oh. Oh, oh. Ah, that's disappointing. Not taking enough club to get it there. Hm. Now switching our focus to Lydia Ko. She's currently trailing her rival. Let's see what happens here. Ah, she's a top quality player this one. Sitting at two under par. Currently tied for tenth place. Das war schon zu viel. Das war schon wieder zu viel. So können wir aber nix reißen. Ja, auch noch mal falsch. Sind wir übermotiviert oder was? Oh, I love the opportunity to save power here. Gut, man hier ist schon unser letzter Schlag jetzt. Es ist unsere Boogies, unsere Boogies sind gleich weg. Zu wenig, zu wenig Kraft. Oh, get in. You're on a good line. Two. 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 Minuten. One. Two. Two. scheiße. Eliginn. off-up. Ich glaube, das ist gut. für mit der Pitching wird hier Pitchy witch macht das wieder sehr spannend damit an Kante lang rollen da Pitchy witch Warum ging ich mir denn überhaupt nicht wieder hochzuschießen? Ich habe schon mal einen Kull zu nehmen, die sind jetzt hier. Die sind hier, die sind jetzt zu kommen. Der Kull ist noch ein wenig zu machen, das ist es wichtig, dass ich ihn nicht verstehe. Dass ich nicht mehr so viel zu machen. Die sind die Kull. Die sind die Kull. Und um den zweiten Kull. Und um es zu machen. Okay. Well played. What kind of shot are they facing here Henny? Setting up here from about 195 yards. Wow, that drive, that had so much airtime, I didn't even know if it was coming down. Opting for the 6-iron. Hopefully it'll be seen. So dicht wie möglich ran. And rollt nicht schon wieder weg. There's a long way, but I tell you what, I've seen it before. So there's a chance. It's time now to take a look at Lidia Coe. This one is chewing fiber. Oh, just skin the hole that one. What's the most ending, huh? Trying to get to 2-under with this part? So, let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Not to get to the ball. Not to get to the ball. Yes. Thank you, thank you, thank you. Well, that's worth a replay. Let's take another look. Now this, this is how you puff. I was like I'm like a person.